Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Helle Taschenlampen at Night. Ich stelle heute die MS-ITC FiTorch P26R vor. Die MS-ITC FiTorch P26R ist mit einer XHP70 LED ausgestattet, mit vier Leuchtstufen versehen und bietet insgesamt beeindruckende 3600 Anziehung. Betrieben wird die Lampe mit einem 26650 Akku, der bereits im Lieferumfang enthalten ist. Darüber hinaus verfügt die P26R über eine integrierte Lademöglichkeit per USB-Bord. Hier der Turbomode mit 3600 Lumen. Und der Low-Mode. Und hier nochmal der Turbomode. Hier ist das, was es geht bei der Kurze der Rennweise Champl Dragschlackbund. Mit deinen meinen besten frogdpload. Und hier aus welchem Set er eine зависUE zu denen wir gleiche. Und wenn du das elektracks прыgst in allen Check幸� спис Subscribe! Den gez sûretten der Chill Get chlat um die laughing nad program会ern wird. Untertitelung des ZDF, 2020